Oder soll ich da hinten die, ähm, ja, Creeper halt, die Backen. Oder soll ich da hinten das Solarpanel an den Ding anschließen, an den, ähm... Warum hast du jetzt nur ein Kohle, Trist? Ja, ich hab grad nur ein Kohle mitgenommen. Ähm, oder soll ich da mal gucken, dass ich da hinten an die, äh, an die Ding anschließe, an die, äh... Ach, sag mal, geht's schnell. Query? Genau. Ja, ist mir eigentlich egal. Dann hat die nämlich ein zweites auch. So, jetzt verkleinernst du bitte erstmal das hier noch. So. Da hinten werden dich jetzt einfach nur noch ein paar von den Windmühlen setzen, äh, von den Wassermühlen setzen. Ähm, und werd dann gucken... Ähm, jo, was will ich dann eigentlich großartig gucken? Eigentlich gar nichts. Ich will nur die Wassermühlen setzen und das Solarpanel dann grad umplatzieren, dass vielleicht hinten die Query ein bisschen mehr kriegt. Wobei ich nicht weiß, ob man, äh, Solarpanels übereinander stacken kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaub nämlich, dann brauchst du wieder eine Badbox da vorne. Ja, dann weiß ich, was ich da mache. Da hinten sind ja zwei Badboxen. Und die eine ist im Endeffekt nur dafür da, dass die, äh, oah, dass die, ähm, dass das Solarpanel oben auch mit dabei sendet. Und dann würde ich da einfach nur... Ja, ich, ich weiß, was ich mache. Ich, ich, ich hab da meinen Plan. Also irgendwie sind die Koordinaten falsch. Oder? Bin ich echt so... Nee, die Koordinaten sind mitten im Wasser. Oder? Was ist denn das da hinten? Ich weiß nicht, wo du da hin oder gehst. Wo sind denn die Koordinaten? Habe ich denn jetzt den scheiß Waypoint? Ja, eben. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, wo du da hin gehst. Ach, hier ist der Waypoint. Mitten im Wasser. Hä? Ja. Oder? Oder habe ich den jetzt abrägen, wie nicht sichtbar? Nicht anständig? 175, 177, 65. Ach, äh, ich glaube, ich hab mich einmal verschrieben. Nee. Doch, du hast 35 anstatt 65. Okay. Dann, äh... Wieso minus 167? Ach, das ist ja nur eine andere. Das interessiert immer noch nicht. Das ist immer noch da hinten. Ah, ich brauch die Z-Koordinate nochmal. Ich hab, glaube ich, hier... Genau, ich hab Z und, äh, Ding verwechselt. Z und Y. Was war hier? Keine Ahnung, was ich gerade mal nachdenken. Warte, das ist ja nicht so schlimm. Ich dachte, das wäre ja egal. Das ist doch nur die Höhe. Ja, anscheinend nicht. 77. Anscheinend nicht. Anscheinend ist Y die Höhe. Ach da. Ja. Dann ist Y die Höhe und Z ist, äh... Und Z ist die, äh... Ja, warte. Doch, Y ist die Höhe und Z ist die, die Breite. So, und jetzt brauche ich noch zwei Elektromotoren. Ach, die waren so teuer. Ja, mit Tin halt viel. Und das haben wir nach wie vor nicht so viel. Müsste aber hinten noch in der Kiste welches drin liegen. Hab ich da eigentlich welches dran gemacht. Hast du das, ähm, das Kabel wieder, äh, das Rohr wieder dran gemacht? Ja, ja, das ist dran. Oder, nee, das hast du schon rausgenommen. Ja, ja, da hab ich schon. Ja, ja. Ich wollte noch. Dann mach den Rest hin nochmal ein. Was wir noch haben. 15. Vielleicht hat er aber inzwischen die Töte noch was gefarmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Deine Modell, die mir hat sie glaubt, den Kock. Ähm. Holz hab ich jetzt keins hier. So viel Zuckerrohr. Ich kann nichts mehr sehen. So, hallo, alte Heimat. Ich hab sogar ein leeres Inventar, dass ich ein bisschen das mitnehmen kann. Ist das nicht cool? Also, naja, sagen wir fast leer. Zack, zack, ähm, Pistons, so war das. Ach, hier ist meine, äh, mein Schraubenschlüssel. Was glaub ich, ich hab hier ein Schraubenschlüssel. Das Laubenschlüssel. Ach so, äh, nicht so, sondern so. Zack. Das war das. Ach so, dann brauch ich jetzt vier Zinn-Zahnräder. Alles klar. So, mach ich das hier mal ab. Danke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das hier ab. Ach, Quatsch. So, wie viel kann ich denn überhaupt an so eine Dinger anschließen? Glas und Zinn. Gut, äh, jetzt fehlt mir ein Glas. Ich fasse nicht. So, dann mach ich das hier mal eins höher. Nee, nicht das Solarpanel. Die Kolben. So, das Ganze kommt jetzt eins höher. Das heißt, wenn ich jetzt die Badbox dran mache, müsste das von der Höhe her... Nee, reicht nicht. Ich brauche ein Kabel, was ich sparen musste. Genau. So, dann kommt jetzt hier die Badbox dran. Ja, genau. Da hinten hin. Wird ich auch ja nie wieder drankomme. Genau, dahin sollte die. Und dann kommt der Ausgang nach... Ja, genau nach oben. Mhm. Nicht nach oben. So, das ist das. Jawohl, hier füllt sich auch mit Energie. Meine Badbox hier. Zack, jetzt brauche ich hier noch. Oh. Oh, 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 Luft, 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 Luft. Essen, essen, essen. Habe ich eigentlich dieses komischen Sand aus dem Nether noch dabei? So, gerade mal was Futter. So, das war alles, was wir hatten. Da sind doch noch mehr Bären dran. Was soll in der Käse jetzt hier? Was denn? Ich muss meinen Schraubenschlüssel holen, um die zu drehen. Weil die baut sich die... Ich habe einen Schraubenschlüssel dabei. Na, klasse. Du kannst sie doch... Da ist sie doch richtig. Nee, die zweite, die verdreht sich immer. Die, die ich jetzt eigentlich legen will. Ja, dann jetzt nach oben gucken, genau. Ja, ja. Ja, ja. Äh, okay. Äh, muss ich gleich... Ich bin ja gleich wieder da. Ähm... Und sobald ich das mal richtig hingekriegt... Richtig abdreht sich richtig hier. Wahrscheinlich, weil... Jetzt versuch noch mal, jetzt dazwischen. Nee. Keine Ahnung, was die jetzt für ein Problem haben. Müssen die vielleicht zwei auseinander sein? Äh, müssen nicht. Aber ich glaube, sie verbinden sich so, damit sie sich gegenseitig bepowern. Äh, das kann natürlich gut passieren. Äh, äh... Ja, wie gesagt, tut mir jetzt gerade leid, wegen der Denk. Schrauben schließlich... Ich wusste nicht, dass meiner hier ist. Deswegen. Äh, das finde ich schlimm. Ich baue jetzt einfach ein bisschen weiter auseinander. Ich hoffe, dass die Kupferkabel so weit gehen dann. Ähm, Gott. Jetzt muss ich mal grad gucken. Ne, ich muss die noch eins höher setzen, da hinten. Fällt mir grad ein. Äh... So, weit zu hoch. Ah ja, ich wollte eine Schaufel machen. Haben wir noch irgendwas, um eine Schaufel zu machen? Noch hier? Holz oder so vielleicht. Ich wusste nicht, ob hier noch Holz ist. Sticks sind hier noch. Und Stein. Und Stein. Die Metalle dürften hier keine sein. Ne. Die Metalle sind hier auch keiner. Ne, die haben wir ja beim Abich ja beim letzten Mal mitgenommen. Jut, dann, äh, Schaufel. Schaufel. Mal gucken, ob das Redstone-Signal reichen würde. Ich glaube schon. Jawohl, das Redstone-Signal reicht schon mal. Ich glaube, ich habe hier sogar noch Betten. Ja, da sind Betten. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal schlafen. Mir fehlt noch ein Kabel, das gibt es nicht. Ich lege mich in den Schlafen. Eben auch zurück. Gut. Ich bin immer wieder bei dir am gucken, dass ich weiß, wann ich jetzt genau gleich ins Bett muss. Falls du da irgendwie Kupferkabel übrig haben solltest, bring dich mal mit. Ich werde keins übrig haben. Ich musste gerade eben schon irgendwo eins einsparen, dass ich überhaupt eins mitnehmen konnte. Ui. Oh, der Weg ist soweit. Da kommt ein Kabel dran, da kommt ein Kabel dran, da kommt ein Kabel dran. Alles klar, ich bin am Weg. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Und ich habe kein Bett hier. Doch, hinten sind die Betten. Stimmt. Stimmt, die haben wir hier hinten hingelegt. Alles klar. Und ich schlafe. So, gut. Auf geht's. So, dann. So. Hier oben kommt eins. Hier kommt eins drauf. Kein Kautschuk mehr. Oder Gummi. Ach, ich habe noch Gummi im Inventar. Gut. Das ist noch weg. Oh, komm schon. Luft. Danke. Okay. Adi. Hopp. Hopp. Nein, du nicht. Oder? Nee, du bist Verschwendung. Aber ich weiß nicht, nee, du produzierst auch gar kein Wasser. Du produzierst auch kein Wasser. Nee, jetzt nicht schon wieder, oder? Hast du schon wieder deine Problemchen mit deiner Wasserbeleitung. So, Strom ist auch angeschlossen. Die produzieren aber. Das ist gut. So, machen wir mal so. So, die... Nein, nein, nein. Luft, 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 Luft. Hier ist ein bisschen Saft drauf, das heißt, dann kann ich mal eben... Ähm, ja, eigentlich wollte ich was testen, aber... Was habe ich hier abgebaut? Boah, die Presse natürlich, klasse. Okay. Und weg damit. Komm schon. Danke. Jetzt habe ich auch keine Fies oder so hier. Das ist natürlich wieder klasse. Und jetzt kann ich hier noch eine Wassermülle dran packen. Pff. Gut. Da jetzt genau nicht. Das heißt, doch nochmal zurück. Ach, du Jemeni. Hör, wohin zurück? Doch, ich muss nochmal kurz zu uns da oben hin. Gucken, ob ich da noch... Okay, Wassermühlen sind alle dran. Und die Stromzufuhr läuft... Ja, es funktioniert halt. Es ist... Es ist halt da, sagen wir mal. Hier sind doch noch neun Niederspannungskabel. Das kann gut sein. Wandert nicht die mit Diamant? Ne, Niederspannungskabel sind mit Tin. Achso. Und den noch weg. Genau. Und dann... ... haben wir einen Aufschlag... ...Stick von... So. Und dann können wir das hier noch schön abschließen. Und dann können wir das hier noch mal weiter. Und dann können wir das hier noch schön abschließen. Als ich... Noi, ich muss Ihnen sagen. Sf-